Ihr habt Ferien, das Pfalztheater ist geschlossen und langsam wird's langweilig? Dann haben wir was für euch! Eigentlich hätte jetzt am 19. Dezember unser Orchester unheimlich gerne das erste Familienkonzert für euch gespielt, Ivan und die Zauberfeder. Das klappt jetzt nicht, aber wir haben uns überlegt, wie ihr trotzdem die Geschichte und die Musik von Igor Stravinsky kennenlernen könnt. Mithilfe dieser Mappe könnt ihr euer eigenes kleines Ferienmusikprojekt starten. Ihr könnt Bühnenbilder malen oder euch Kostüme für die Figuren ausdenken. Ihr könnt zu Stravinskys Musik eure eigenen Tänze erfinden. Ihr könnt natürlich auch die Instrumente des Orchesters kennenlernen oder selbst dirigieren. Ihr könnt zusammen mit Adrien Tschunker singen. Ihr könnt Zaubersprüche dichten, Rätsel lösen und und und. Eure Zeichnungen, Bilder, Fotos, Videos und Fragen schickt ihr dann ans Pfalztheater und werdet damit Teil unseres Konzert-Podcasts im neuen Jahr. Ihr findet die komplette Mappe mit allen Infos auf unserer Homepage. Einfach im Bereich Downloads herunterladen, abspeichern und los geht's! Das Orchester und ich freuen uns auf viele Beiträge von euch. Viel Spaß und macht's gut!